abschlagsfreie altersrente nur noch für geringverdiener mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24 die meine damen und herren wir haben ja den rat der wirtschaftsweisen und da fordert jetzt der professor werding die abschaffung der abschlagsfreien altersrente für besonders langjährig versicherte die wir ja mit 45 jahren wartezeit erreichen können das ist die altersrente die es seit dem ersten ersten 2012 gibt damals gab es diese altersrente noch mit rentenzugang frühestmöglich mit vollendung des 65 lebensjahres dann hatten wir ja sie erinnern sich die bundesministerin für arbeit und soziales frau nahles und die hat dann mit der cdu zusammen zum 1.7 2014 dieses renteneintrittsalter nach unten gesenkt und zwar für die geburtsjahrgänge vor 1953 auf das 63 lebensjahr deshalb auch bei ihnen gerne bekannt als altersrente als rente mit 63 oder frührente oder sonst was was es aber in wirklichkeit gar nicht gibt aber das ist jetzt erstmal wurscht so und ab dem geburtsjahrgang 1953 bis 1900 und bis zum 31 12 1963 steigt dann sozusagen das renteneintrittsalter pro späterem jahr geburtsjahrgang immer um zwei kalendermonate an so dass wir jetzt zum beispiel bei den geburtsjahrgang 1960 beim renteneintritt von 64 jahren und vier kalendermonaten sind wenn ich es richtig im auge habe ja dazu gibt es auch dann eine übergangsvorschrift und die läuft dann am 31 12 also mit dem geburtsjahrgang 31 12 1963 aus also da haben wir noch ein paar jahre zeit ich glaube die können dann der geburtsjahrgang 1.1.1964 kann dann wenn ich richtig gerechnet habe dann 2029 erstmals in rente gehen ja und dieser ökonom werding sagt die rente mit 63 die muss weg ja die ist also ihm ein richtiger dorn in dem auge und da nimmt auch gar kein platt mehr vor dem mund so ähnlich wie unser arbeitgeberpräsident dulger oder aber auch die ftp soll die rente mit 63 abgeschafft werden und der der werding hat jetzt eine chlorreiche idee der sagt naja der zugang zu der rente mit 63 also der abschlagsfreien altersrente für besonders langjährig versicherte der soll eingeschränkt werden und dann soll es praktisch diese rente nur noch für geringverdiener geben ja das heißt also diejenigen die nur 60 prozent des durchschnittseinkommens verdienen die sollen dann in diese altersrente gehen dürfen alle anderen sind ja eh privilegiert weil sie ja sozusagen gutes geld verdienen und gesund sind sollen die ruhig noch ein bisschen länger arbeiten also bis 65 oder noch länger das fordert halt eben der werding ja lieber herr professor werding sie haben da aber ein problem das ist ein verfassungsrechtliches problem sie haben hier eine gruppen bildung das heißt also sie wollen sozusagen alle sie wollen dass geringverdiener nur diese rente bekommen oder zugang zu dieser rente haben alle anderen dürfen diesen zugang nicht haben das müssen sie verfassungsrechtlich auch so ausgestalten dass das dann gegen im hinblick auf artikel 3 einer prüfung stand hält da habe ich meine berechtigten zweifel dass das überhaupt funktionieren kann und dann im übrigen lieber herr werding sollten sie bitte eins nicht vergessen sie dann werden viele menschen einfach sagen okay dann gehe ich halt nicht mehr voll arbeiten dann gehe ich nur noch zu 30 oder 40 prozent arbeiten bin dann auch gelde auch als geringverdiener habe auch den zugang zu dieser rente also das wird so nicht funktionieren meine damen und herren ich glaube die gesamte diskussion zu dem thema rente mit 63 die können wir eigentlich sozusagen schon in dem mülleimer schmeißen weil die rente mit 63 die gibt es zum einen gar nicht die gab es noch nie und wenn es sie mal gegeben haben sollte vielleicht auch im politischen sinne im sprachgebrauch dann hat sie sich sozusagen jetzt schon abgeschafft weil der rentenzugang ist 64 und vier kalendermonate für den geburtsjahrgang 1960 und das sollten sind und endlich alle mal ein bisschen begreifen meine damen und herren noch ein hinweis in eigener sache 2023 wurde die altersrente für besonders langjährig versicherte so oft und so viel wie noch nie beantragt wir erleben es hier in der kanzlei oder in und mit unserem team natürlich auch von rentenbescheid24.de dass die bearbeitungszeiten bei der gesetzlichen rentenversicherung oftmals mehr als drei monate brauchen um die rente zu bewilligen das ist ganz einfach völlig normal auch die deutsche rentenversicherung hat immer weniger arbeitskräfte immer mehr leute beantragen die rente so dass sozusagen auch die bearbeitungszeiten für die renten letzten endes länger brauchen also stellen sie bitte ihren rentenantrag aus unserer sicht sechs monate vor gewünschten termin damit sie dann auch hier sicher sind dass die altersrente dann rechtzeitig bewilligt wird lassen sie sich bitte von der rentenversicherung auch ordnungsgemäß aufklären über das thema hochrechnung oder auch nicht vorteile nachteile lassen sie sich da bitte nicht abwimmeln wir erleben das sehr häufig in den kunden gesprächen dass die sozusagen bei der ordnung ist und sie können den rentenantrag stellen aber so geht es nicht meine damen und herren von der rentenversicherung sie müssen auch hier entsprechend die menschen ordnungsgemäß also ihre versicherten so beraten dass sie verstehen ob eine hochrechnung für sie ein vorteil vom vorteil ist oder ob ein abwarten auf die arbeitgeber meldung dann besser für sie ist wie auch immer hierzu sind sie verpflichtet entsprechend bei rentenantrag zu beraten und zwar auch ohne anlass weil ein rentenantrag ist anlassbezogen und deshalb müssen sie auch hier entsprechende beratungsleistungen erbringen also noch mal sechs monate vor rentenbeginn rentenantrag stellen dann sind sie aus unserer sicht auf der sicheren seite aber das heißt natürlich nicht ich kann selbst mit dieser ansage nicht garantieren dass sie auch nach sechs monaten möglich dann pünktlich ihre rente und ihren rentenbescheid bekommen näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel